Sie wissen, jeder Finanzdirektor hat sein Kesselchen. Auch wenn es nur ein Kaffee-Kesselchen ist, kann man ab und zu noch Geld anlängen und mit dem Geld arbeiten. Und am Schluss ist es auch kein Problem. Ich kann ja die Hände wieder desinfizieren. Das Mittel steht bereit. Nimm das, zack, richtig einreiben und alles ist wieder gut. Ah, ein Vernissage, ein Theater, ein Konzert. Unsere Sportveranstaltungen, aber auch der Vereinssport. Es ist eine schwierige Zeit. Je besser wir uns alle an die Massnahmen halten, umso schneller geht die Geschichte vorbei. Helfen Sie bitte alle mit. Pst. Ich bin gerade in einer Sitzung. Sie finden jetzt virtuell statt, aber ich mache es vielleicht auch gerne im Sitzungszimmer. Ja, los, was hast du gesagt? Also, gehen wir hier rein. Ich glaube, wir sind gerade unten drin, oder? Oh, Moment. Es gilt, lieber Maske auf als Lockdown. Der Schlüsselbund, das Telefon, Lippenstift und ein Desinfektionsmittel für die Hände. Und eine Maske. Die darf man auch anlegen, wenn man nicht muss. Und Abstand halten. Alle. 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 Alle.